Und hallo das sind wir auch schon wieder und anscheinend greift da auch nicht schon wieder überall und irgendwelche Dinge drüber. Jo, wir sind in einem Gebiet und wollen irgendwo hin. Wo bin wir hin? Da wo wir letztens nicht weitergekommen sind, da machen wir jetzt gleich weiter. Ok. Und wo war das? Da hinten. Ok. Ok. Residierend. So. Äh, was war das jetzt? Wow! Boah! Hast du gestorben? Na? Storben? Nein. Scheiße. Ich werde es weiter unten machen. Ja. Was? Ja. 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 Schau auf ihr Arsch. Du, der Typ hat Kopfschüsse aus. Komm drauf hab ich von Typ. Hä? Oh mein Gott. Was denn? Äh. Das war jetzt alles geschnürt. Das war jetzt alles geschnürt. Ach, geht schon. Oh lol. Ich hab Einzelschuss drin. Hab ich ganz vergessen. Alter, ich war noch am ausspionieren. Auf einmal startest du, was denn los? Die ersten drei sind schon gefallen bevor du überhaupt in der Nähe warst. Ja, ich seh klar. Ich war noch Kilometer weit entfernt. Hat passiert halt. Dann hab ich zufällig die Steam-Oberleer aufgemacht. Ja, wenn du auf einmal Kämpfe startest und ich noch nicht einmal bereit bin dafür halt. Ach. Geben ist hart und unfair. Verdamm. Ich wollte eh noch ein Flugzeug. Was anderes wollen wir ja nicht. Aber das geben die leider nicht umsonst her. Dann lauf. Ich klaue da eine Hebe. Ja, ich klaue da auch. Dudel, du, 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 du. Ich bin schon weg. Schau. Und ich verpiss mich. Boah, Schubi, weil die jetzt nur fliehen darf, gell? Ja. Oh, hat's mal ein Radio. Oh, zehn Kilometer. Okay, verpiss mich. Wo? Und von der Seite auch noch. Und Wiederschauen. Ab in den Dschungel. Da ist es schön und grün. Ab in den Dschungel. Da ist es schön und grün. Da ist ein Bach drin. Da spring ich jetzt rein und lauf durch. Du, ach. Uh. Wenn ich mich sowieso nicht erinnere. Da war eine Kriegsleer-Datei und eine Fertigkeitenpunkt auch noch. Äh, was? Du, Burschen, sagst du mir jetzt nicht noch, oder was? Das ist aber nicht der neue Feinde-Englisch, ja? Ich bin im Naxengebiet, nur mal so, gell. Ah, ich bin gerade ein Single vom Feinden. Na, viel Spaß, ja. Looping! Huiiii! Na, das ist eine Schraube, gell. Was ging eigentlich Looping-Sling? Von rechts nach links ist eine Schraube, von oben nach unten ist Looping. Ja. Muss ich ausprobieren, aber mit denen ich ein Looping-Sling habe. War recht interessant, eigentlich. Alter, das ist immer nur soweit. Ich wusste ja schon mal das Lager ausrahmen in der Zeit. Ja. Anton. Jetzt hat's. Ich bin im Gymniet und hole dich hoch. Das dauert ein bisschen länger. Alter, nerven mich mit deinem Scheiß. Ansonsten lass ich das Ding abstürzen. Du hast mich... Ich habe dir den Rücken freigehalten, ne? Ja, ja. Na ja, deine Medikamente. Ich weiß gar nicht, ob ich Punkte kriege dafür. Na ja. Ich weiß auch nicht, ob ich das Ding landen kann. Oh Gott. Das ist wieder die scheiß Bergspitze. Hallo? Wo bist du? Meine Fresse. Geh bleiben. Na nein, ich rede mit meinem Flugzeug. Hast du Punkte gekriegt? Bei dem Ladebügel. Ja. Gut. Ich bin ein bisschen drauf vorbeigeflogen. Ich bin ein bisschen drauf vorbeigeflogen. Fast nicht mehr. Jetzt. Okay. Ja, das ist die Scheißstrecken. Das ist halt die Scheißstrecken hier. Wo wir überall drüber geflogen sind, Alter. Das ist ein Gebiet dazu. Ja, genau. Villa Werder ist dazwischen. So, jetzt probieren wir eine Loopingfliehung aus. Der ist abgeschlossen und wie man trotzdem anzeigt. Warum? Keine Ahnung. Na, der kann keine Loopingfliehung. Ist ja langweilig. Uh, ne, mein Satz, ne, mein Satz. Wo haben wir eigentlich hier? Ja, wieder da zurück. Keine Ahnung. Markier einfach. Ui. Ui. Äh. Okay. Hä? Ui, was? Ich hab bloß festgestellt, dass du den über den Kopf nicht mehr Steuern kostet. Das hätte ich doch sagen können. Ja, genau. Na, weil normalerweise hast du ja dann einfach eigentlich nur eine umgekehrte Steuerung. Aber das hast du hier auch nicht. Geht nicht mit umgekehrter Steuerung hier. Irgendwie gerade wieder über ein neues Gebiet drüber, oder? Ja. Ja. Villa Werder. Ja, war so eine blöde Idee. Was denn? Dass ich zurückbleib' und die Rückendeckenbrühe. Ich war so von gefühlt, dass die gekommen bist. Aber es war so eine blöde Idee von mir. Was passiert? Weil die waren nachher alle auf meinem, auf meiner Spur. Wundert's die? Bitte? Wundert's die? Nein, wunderts mich nicht. Überhaupt nicht. Habe ich aber doch eine kleine heldenhafte Tarte, weil am Anfang ist ja auch mal was wird, oder? Ja. Warum nicht? Aber doch, die macht's mal ein bisschen heldenhaft zur Abwechslung mal. Weil wir eigentlich in Stromzellen hängen. Nö, cool, ich darf ja. Ich hab die Unidad-Patrouille am Arsch. Ja, was? Nix. Muss ich mich verstecken? Abgeparkt. Ja, wir haben ihn versteckt. Wir haben die Unidad-Patrouille verloren. Oh mein Gott, ich sag gar nichts dazu. Das musst du aber erstmal schaffen, dass du einen linken Flügel und einen rechten Flügel abreißt und dabei nicht in die Luft gehst. Äh, ich weiß noch eins. Ich hoffe, ich fliege keine längeren Strecken mehr. Wieso? Und mir kommt vor, ich werde faden, wenn du längere Strecken fliegen musst und nachher brauchst du nur noch Blödsinn. Und ich darf wieder einen Kilometer lang durch den Tunnel laufen. Ja, mei, meinst du die nicht? Ich bin nicht so, als hätte ich fliegen jetzt gerade oder so. Nein, ich muss ja Arzfuß gehen. Hm, daneben. Eigentlich war's mittendrin. Warum explodiert die Granate? Tophead. Keine Ahnung. Cool. Lalalalalalalala. Ist das zu hart, du bitte? Ah, du explodierst doch einfach. Ihr Vorraum. Hört mal da. Soja, ihr Vorraum. Wo ist es zu frisch gehen oder was? Ich ziehe das Bein mal durch. Na, ist mir zu blöd. Hä? Hä? Ihr seid zirrt? Nein, ich küss euch. Ja, ich tu euch nichts. Kein Stress. Wohl. Für die Wunderkuchen. Für die Wunderkuchen. Oh, hast du ein Überstrecken vor dir? Bissl ohne. Bitte? Bissl ohne. Ja. So viel Grün. Wui. Wui. Binkauf. Bergab. 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 Um den Stein herum, Williwumm. Oh, das Fussbild kommt mir bekannt vor. Ja. Hm, 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 hm. Ich geh von dem jetzt schon wieder. Bitte? Ich leiche die Funken nicht für dir. Ich leiche die Funken nicht für dir. Alter, da haben wir nicht mal Waffe wechseln lassen, der Trockel. Was treibst du grad so? Wir stehen beide nebenan Lastwagen. Ich hab grad dieses Geräusch gekriegt für Munitionsaufgebung. Was? Wir haben mal was geiles. Für was hast du das gekriegt? Das Geräusch, wenn du Munition aufhebst. Nachdem du das umgelegt hast, habe ich das Geräusch dafür gekriegt. Hast du mich hinterm Lastwagen rausgeschossen? Und gleich im Deckung. Was? Wo? Schwere! Wo? Genau da! Wo? Wo? ist das? Da ist noch irgendwo einer. Er raucht so stark, ich sieg nichts. Achso, das ist der Lastwagen. Wo? Wo ist er denn? Da oben. Da da oben ist, das ist mir schon bewusst. Na, Illig. What? Ah! Hinter mir! Fuck! Alter, auf einmal ist hier, kommt der von hinten ja nicht aus dem Gang aus. Ich weiß nicht, mit dem falsch. Ja ja, da ja. Ja ja. 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 wir waren ja schon schlechter was wird da gut sagt jörnzigen drei bis überlegt davor Ok. Wo bist du hier? Der Typ ist das letzte Mal von hinten gekommen. Ja, die sind schon um uns herumgegangen. Tüppi, tüppi. Ist doch der Alarm, hä? Äh, wir schauen mal. Ah, die Drohne geht ja nicht richtig. Ich weiß nicht, was du immer mit deiner Steuerung hochstehst, das ist schon genial. Ja, weiß ich auch nicht. Da ist eine Goldstatue. Habe ich noch nicht. Peter. Das sind so irre Vieh, das ist schon wieder uncool. Äh, man muss nur ein bisschen intelligent anstellen. Also, wir haben die Versagen. Wahrscheinlich. Dann können wir den Alarm treffen. Von hier. Eventuell. Ich probier's aus. Tö. Aha. Verdächtig. Ja. Du stehst der Folge als Eisental. Von der Seite. Fast unmöglich. Wir könnten wegmörsern. Das war's dann aber. Mörsers lieber in die Patrouille oder vor dir eine. Okay. Mörs, die 5000 Tonnen? Ja, oder die 6000 nehm dir. Bleib dir noch mal überlassen. Okay. Dann machen wir's halt wieder so. Die sind Schicht im Schacht. Und die hatten sie eigentlich nicht auf dem Schirm. Sag's, behauptest du oder glaubst. Na ja, schau mal da raus. Das war's mir da. Das Ding ist mehr. Das Ding ist mehr grün als das andere da draußen. Wo ist denn der Typ, der was hier sein soll? Na ja. Ähm. Genau da. Ich geh hinten rum. Da ist nicht so viel los. Uh. Er steigt von um die Patio. Du gehst hinten rum. Jo. Oh. Jihau. Du, du du. Du. Oh und разр redundieren. oniihop searching. ja genau über uns erst du sogar markiert ja ich war ein bisschen gefechtsrausch was der gefechtsrausch da übersiege ich gern so ja da geht es nicht darum möglichst unbeschadet irgendwo hindurch zu kommen aha ja Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Was ist da drüben? Das ist eine unserer Lieblingsdisziplin, die mittlerweile zu meiner Hassdisziplin Wo ist das? Weil ich immer draufgehe in letzter Zeit Weil ich in letzter Zeit immer draufgehe Hast dir irgendwas falsch dran Wo? Könnte man behaupten Ich hab Bescheid Bin soweit? Ja Geht bei dir? Ja 3, 2, 1 und gehen mal Uh Schaut schon gut aus Wow War nix gut Was heißt war nix gut? Ich hab Lenkrenhalter reingeschmissen War ziemlich hell Komm, 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 komm Wow Was? Wow, der Hammer Ist ja gut gegangen Erst bei mir diesmal, ich bin nicht gestorben Das ist für mich viel wert Oh, nicht das Vehicle Oho Wie gesagt, ist für mich viel wert, wenn ich nicht stirb Ja, können wir vorstellen Wie denn da, ne? Wie denn da, ne? Wie denn da, ne? Wie denn da, ne? Ja Da ist der Motorradfahrer Hey, man kann wieder Zivilisten töten Ja, dann schädigt unseren Ruf nicht mehr möglich Ja Ja Es ist vorher nicht gegangen Aber ist cool dafür, dass das jetzt wieder geht Okay, der war wieder unsterblich Komische Welt hier Ja Wir leben in eine Welt voller Fantastereien Wo ist er eigentlich quer auf mit dem Ding? Wahrscheinlich Natürlich Aber es ist wohl kein Traktor Ja Die Traktoren sind einfach viel besser Schaut nicht so aus, dass das geht Ja Ich glaub, in der letzten Stufe der äh zur rufenden Fahrzeuge kann man noch einen Traktor anrufen Bitte? Ich glaub auf der letzten Stufe der zu rufenden Fahrzeuge kann man noch einen Traktor anrufen Ja Ich möchte ja rufen, hey Hey Feinde Merkst du mir so komisch aus, wenn ich nach mir nach hinten fach Fuck Ja Ja Da sind Rebellen im Lager Oh Und ein Scharferschütze Ja Und Habe ich auch gesehen Habe ich auch gesehen Ich würde mal sagen, wir schleichen uns da Richtung Rebellen und lassen die Lärme aus, oder? Was hältst du von meinem Plan? Ich hab drauf geschossen, die ist nicht aufgegangen, wir brauchen einen anderen Sitz Ich weiß nicht, was du hast, aber der geht auf Also ich weiß nicht, was du hast, aber der geht auf Du lebst auf Brand heißen Du lebst auf Brand heißen Du musst mich eh nicht weh, du Schnauze 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 Uhuhu Erwischt 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 Storben Nur einer Ja, der war da oben drin Da ist er noch irgendwo Wie du spielst mit der Pistole durchaus geschlossen Wieso das? Alles tot Keine Ahnung Das Spaß So was wie der Lucky Luke der Szene, ja? Ja, aber da musst du ja immer ziehen, äh, ziehen Geht ja nicht Er liegt genau auf dem gleichen Flick wie die vorherige und schaut genau gleich aus Ich weiß ja nicht, ich weiß nicht mal wie die vorherige ausschaut, he Ja Da runter müssen wir Äh, wo runter? Ah, da runter Okay Hui Und hui Oder da rauf Ich hätte gesagt, oder? Ja Wenn ich sie gesehen war es da runter Topografisch gesehen da rauf Ja Ja Wahnsinn Wahnsinn Brauchst du jetzt auf brutaler schlechter, oder wie? Nein, nein, ich pistol den jetzt nieder da oben Du pistolst Ja Ja Du hast da auch schon bessere Dinge gehabt Ja Du hast da auch schon bessere Dinge gehabt Du das ist gar nicht so leicht Alter Ja Ja Dein pistol kostet uns den Kragen Ist schon Ich bin mitmachen Oh mein Gott, Alter Wie sind die da Du hast ja auch 5 Wohl drauf geschossen, warum verfräst du da? Ja, wenn du ihn schießt, dann buckt sich der und dann schieß ich daneben Ja, ja Du musst halt schon mal zu zielen, dass wenn ich daneben schießt, dass du unterdrückst Ja, ich kann jetzt rechnen damit, dass du ein Wahnsinniger bist, der was jetzt mit der Pistole spiel ich Ja, warum nicht? Geht bestimmt Ja, jetzt schon Du rechnest halt damit Du kriegst es ja Du kriegst es ja Wahnsinnig war ich schon immer Ja, das ist schon ein neuer Ausmaß Ausmaß von Wahnsinn Was? Alter, da fahr ich nicht noch mal rum Super, Blotz Vanille Ja, mitten in die Feinde drin Fall mir sicher nicht auf Wir sind auf dem Radar Hui Da Wunderts die? Also wenn ich das jetzt unter dem Radar durchgeschafft hätte, dann hätte ich mich wirklich als Hacker bezeichnet, glaube ich Das nicht, aber dann hätte ich mir dazu getraut, dass du das Spiel mit der Pistole im Alarmodus machst auf schwer Ja, das wäre dann auch möglich gewesen, ja Wir gehen ja jetzt schon drauf ein, wo sie kommt Na gut, das ist die zweithöchste Schwierigkeitsstufe Was ist das jetzt da an? Mal schauen, ob du draufkommst Du willst abspringen genau ins Feindesgebiet Wo? Nö Du willst London genau ins Feindesgebiet? Ich habe besucht die zwei Sniper da Das ist natürlich, ja, wahnsinnig gute Idee Hi Du, ich habe den noch auf den Kopf geklappt, ich muss das jetzt haben, ja Ich habe den noch immer gesessen Schnauze da unten Ah, Schnauze da unten Aua Und liegt Warum hast du dich nicht bewegt? Warum hast du dich nicht bewegt? Was, wenn du dich nicht bewegt, dass die dich nicht treffen, ist natürlich klar Ja, wenn du 35.000 Leute auf mich schießen, wenn ich mich da irgendwie move'n will, dann kann ich mich nicht viel bewegen Alter, du willst nicht wissen, wo die Sniper hier teilweise woken Ich habe es zum Spiel geklappt Ich will nichts Das nervt mich nicht Da oben ist ein Busch, Mensch Die kriegen aber nicht weg Du, 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 du Du, du, du Irgendwas heute drauf Wo liegst du? Ganz da vorne am Dach, oder? Du hast dich in die falsche Richtung geblickt, eindeutig Ich glaube, Sniper sind keine mehr da Ja, ich weiß auch noch, der schießt irgendwie da auf mich Komm Komm Komm, wo ist er noch? Get set Oh, no, boah Wow Komm Meine Güte Du hast auch keine Frage mehr rum Du hast du Ohrsoch Du hast Ohrsoch vergessen Bitte? Was denn? Aua Fick Au, 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 au Hilfe Ja, das wär' wir gleich Links, im Haus Also unten Beim Geschützturm Das ist auch besser, das sind nur ein paar Aua, zeig ich dir Mach ma gleich Ich hab schon einen Weg gefunden Au, 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 au Das irgendwie wär das grad nicht weniger Au, wer willst denn diese Burschen? Ja, du Auch da Auf Ah Jetzt hol' ich meine freinds Jetzt schauts nicht mehr so lustig, ja Ach, mach's das fertig, Jungs Jungs Au Du weißt schon, dass neben dir der MG-Turm gesetzt ist, oder? Da haben wir es rein gehalten. Ah, na schau. Wo? Äh... Besetzt sieht man wieder halt. Ich bin rausgeguckt, dass der MG... Irgendein anderer hat mich geschossen. Ja, der, was direkt unter dir gestanden ist. Interessant. Ich bin nicht so rum. Da, schauen wir mal. Jetzt auch da. Hier ist hoffentlich eh alle Ski beschissen. Oh ja, hier steht so richtig Ski für mich. Gehen wir ein bisschen da vom Vorsprung weg. Da kommt was. Hey, unser Heli steht wieder grad. Ich hab's gemerkt. Achtung, Heli, Heli, Heli! Ja, ich hab's grad gemerkt. Nein, der brennt glaube ich nur aus. Ich glaub, der explodiert nicht mehr. Ah, hat er noch mal einen Punkt gemacht. Ich hab's nicht gesehen. Ich hab mir irgendwas gespürt. So. Du willst jetzt bis hinunter kommen? Ja. Mach ich schon. Easy going. Hallo Freunde. Ah, okay. Also wenn wir schon mal da sind, dann machen wir gleich mit, oder? Ja, dann. Wir müssen die Bibel stillen. Dann fahren wir zusammen. Okay. Du willst du? Ich schmelze zusammen, meine ich das ab. Ich hoff's. Ich glaub nicht, dass das eine Bibel ist, die was du Bibel nennst. Das ist mir noch ein ziemlich gleichgültig was. Dein Verbrenner ist ein Verbrenner. Ja. Und halt genauso unter heilige Schrift. Aha, das nennt's. Okay. Da haben wir ein Kingslayer und ein Dingsti Wumsti. Ui. Die Jagd. Wo sind die da jetzt auf einmal noch Typen herkommen? Ah, unten liegt die. Wo? Ich hab die noch nicht. Du hast die Kingslayer, hab ich gedacht. Nein, nein. Ich such. Ich such grad die Waffenkisten. Die ist auf jeden Fall mal unter uns. Ui. Du weiter unter uns. Schauze. Ja. Ja. Ja, ne, da müsstest du jetzt noch mal irgendwo abgehen. Schauze aus, das ist kein Mensch. Ja. Ja, das ist ein Haus, ja. 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 Ja, da geht's ab. Ja. Ja, da geht's ab. Ja. Cool. Dann muss nur mal irgendwo abgehen. Ja, da haben wir ein Kingslayer. Tödliches Illogium. Ja, so, das war's. Ja, das kriegen wir nicht falsch jetzt. Es ist ein Sturmgewehr, die L85A2. Wir haben das auch schon. Äh, L85, bessere Hartbarkeit. Sturmgewehr. Hm, für die schlechterer Schaden. Nö, ich bleib bei meiner. Deine auch. Ich werd auf die wechseln, glaub ich. Die L85A2 oder so. Verändern. Oh, da haben wir raus den schönen Haufen bisschen. Ja, hab ich gesehen. Oh, komm. Schau's dir nicht, ich komm gleich. Schauze. Wo, 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 wo. Der ist irgendwo auf die Berge. Der ist hier mein Scheißrecht. Der ist hier. Oh, der ist hier. Der Schwein. Der Schwein. Der Schwein, ja. Der ist hier. Der ist hier verliebt. Der ist nämlich nur eine Kingslayer-Datei. Ich bin in der Nähe von dem Sniper da Wo ist? Ich werde dich Ja, das siehst du gleich Das ist eine Mauer Das ist ein Türke Das ist eine Mauer Das ist ein Cartoon Nachzeit Start Das ist ein container Und da ist ein Silo Da gehts noch mehr Berg auf Du fällst in die falsche Richtung Ich komme hinten raus Warte, der rutscht gerade Du musst dich erst beruhigen Die ist ganz hinten da oben Falsche Schaubichtung Weil sie raden müssen nach unten beim Auto Ich nervte dir jetzt Dann müssen wir ins Wurst gehen Das ist super kurz Das ist f*** Das fällt gerade noch nicht auf Wenn wir dann da sind Wärts senkt geil Wenn du das sagst Wenn du das sagst Hey, die Mauer kommt mir bekannt vor Ich hab dich aber auf andere Sachen gesehen Hä? Pass nur auf Nein, nein Nein, nein Ja, nein, sag ich abkürzern Ja, die sind da Unsere Rebellen laufen Ja, bravi Voll cool, die sind da vorwärts da wahrscheinlich Ich wusste Ich wusste Na, glaub ich nicht Ja, die haben länger braucht sie die KI Das ist schon ein bisschen erstaunlich Nein, nein Schau, wir sind schneller da Nein, nein Er ist doch da oben ist ein King Player Dokument Hä? Was soll das sein? Ein Pindeltindleis Unheiliges Symbol Ein religiöses Symbol La Santeras Der Priesterin von Santa Muerte Und Pujona von Espiritu Santo Santa Placa Pilger Und Santa Muerte Anhänger Nützen es um ihre Gebete an die Knochenlady zu richten Wo ein fesches Bügel kann man nicht schauen So, also wir waren Da unten und hätten nur da oben messen Also Da unten, da oben Nein, nein Also, also Da meine ich jetzt Nein, nein, das täuscht noch Also Nicht irgendwo da hinten Ja, das täuscht noch Da, schau Ich wollte es nur einmal bemerken Also Wo bin ich noch? Tod Du bist tot? Du bist tot? Du bist tot? Wieso bist du tot? Ha? Ja Ja Du bist Du bist ein Geschwafel gestopft, du Mächtleid Ja Ich hab immer Ich hab immer doch den Sinn von einer Abkürzung Wenn das kürze ist, ist der normale Weg Ah Dann hab ich irgendwas verpasst Ist auch, gell? Ja Ja, genau Passt nur nie auf Das ist halt das Hauptproblem Ja Ja Du, 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 du Na? Das Da Da Ich hab's meine Teichmesser Da unten irgendwo die Straße Das ist ja klar Jo Wo bist denn du? Welche Straße? Ja Da Laufst du gerne mit der Kirche ums Kreis Achso, ja deine Abkürzung Entschuldigung, hab ich gestern jeder schnell ok jetzt der ufer ein bisschen vom motorrad aber egal gott was der motorrad Ich fahre schon mal los. Oh Böse. Juhu! Superfreak! Weeeee! So, bin da, wo ist er? Hast du gewusst, dass Steine böse sind? Ja, hab ich gewusst. Ich krieg meine beste Idee. Aber auch nicht mehr das schlechteste. Tschüss, ich muss doch mal durch. Juhu! Äh, hallo? Lebe ich noch? Wow, ich bin schon mitten im Lager. Ups. Entschuldigung, ich war nicht da. Beachtet mich nicht. Jetzt hat der Flanker greift um mich auch da. Hey, Braune! Yes! Hey, was? Hi! Das war's mit der Unidad. Gehst du mitten im Gebiet runter oder bin ich deppert? Gehst du mitten im Gebiet runter oder bin ich deppert? Ja, ich muss aber nur wegen einer Sache reinnehmen. Oh, lol. In dem Haus war er auch noch. Kappte Scheiße. Mach's doch mal aus. Mach's doch mal ein bisschen Ärger doch. So, der Typ der ist draußen und schaut auf mich blöd. Ja, was ist das? Ja, was? Du bist mit dem Gebiet runter oder blöd. Ja, was? Ja, was ist das für mich? Ja, was ist das für mich? Ja, was? Warum sollte ich mich nicht wundern? Ich bin nur mit dem Heli drüber geflogen, dann haben die auf mich geschossen. Da wollte einer sagen, dass das nicht in Ordnung ist. Ich bin dann natürlich wieder gesichtlos in den Tod gefangen, weil das wieder mein Fehler war. Jetzt denken wir auch jedes Mal wieder und trotzdem machen wir wieder. Der war schuld. Ich habe nie gesagt, dass du mir da folgen sollst. Ah, da kriegst du Panik. Das weiß ich schon länger. Fittung, Fittung, Fittung. Aber ich würde jetzt einmal sagen, bevor wir uns diesen Bonus ordnen, Bonus-Metalle oder was auch immer holen. Das ist halt schon ein Tor. Respekt. Ich würde sagen, das machen wir erst in der nächsten Folge. Ja. Und bis dahin. Okay. Peace out.